so herzlich willkommen freut mich euch wieder begrüßen zu können ich habe ein bisschen kaffee hier noch immer wichtig unsere campingreise haben wir erfolgreich hinter uns gebracht seht ihr das u-boot von sinzheim und speyer haben wir gesehen ich war jetzt anderthalb stunden damit beschäftigt kommentare zu beantworten wenn man ein paar tage nicht da ist ja ich habe post bekommen von der luftwaffe vielen dank ich weiß was drin ist aber jetzt zeige ich euch da ist was sehr cooles drin habe ich im letzten video schon mal gezeigt dass havalon piranta kauft euch erst mal nicht blind dass er denkt dass wir jetzt eine große empfehlung ich mache wahrscheinlich noch ein video darüber hat einige probleme das messer und jetzt muss ich noch leicht rein spitzen signalspiegel für schwimmweste vielen dank super cool das ist ein original bundeswehrsignalspiegel für die überlebensausrüstung der piloten und was haben wir noch eine pfeife von der bundeswehr man kann mal gucken ob man da irgendwas solar es ruft das ist irgend so seenotrettung irgendwas das steht auch auf den notsignalraketen immer drauf die ist auch von acme aus england der wichtigste hersteller von signalpfeifen und mit zwei tönen super cool ich danke dir ganz arg freut mich tierisch die in der sammlung zu haben das ist noch gar nicht ob ich mich trau den aufzumachen oder ob ich den so lass super cool ich danke dir ganz arg gersthofen kommt mir bekannt vor ich glaube da ist so ein riesen baby geschäft in der gegend kann ich aber auch falsch liegen voll cool dank der ganz arg und genau ihr schiebt das video nur kurz dazwischen und kleines video macht's gut kommt bald noch viel mehr